Hallo Leute, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr seht. Hier die Lucifer News aus Braunschweig. Ja, Wochenende war hier in Braunschweig recht lahm und ich habe also fast befürchtet, dass es hier nichts nennenswertes zu berichten gibt. Ich wollte ja noch ein paar Filme machen, aber aufgrund eines Absesses, den ich wieder habe, bin ich so ein bisschen behindert. Das heißt, ich kann nicht so gut laufen und, naja, Fahrradfahren. Hatte dann den Stand in der Innenstadt ein paar Stunden besucht, bin dann nach Hause, habe mich dann hingelegt. Naja, wie auch immer. Wie gesagt, ich dachte schon, na, das wird ein ruhiges Wochenende. Bis auf, dass mich jemand gefragt hat, ob ich einen Konzertschirmetschnitten machen soll, wollte oder könnte, wenn ich Langeweile habe, im Nexus in Braunschweig. Gut, jetzt hatte ich auch Freitag zugesagt noch und habe geschrieben, 19 Uhr beim Nexus. Ja, ich halte ja eigentlich immer meine Versprechen ein. Soweit es geht, sei denn das geht gar nichts. Also habe ich mich denn hier aufgerafft und habe mich aufs Fahrrad geschwungen, Kameras in Hänger rein und bin, ja, mit knirschenden Zähnen wegen entsprechenden Schmerzen zum Nexus gefahren. Habe draußen gewartet. Ja, eine ganze Zeit hat mich natürlich auch keiner angesprochen, hat Zigaretten geraucht, als auf einmal zwei Typen rauskramen, wahrscheinlich Mitbetreiber des Nexus in Braunschweig, die mich fragten, ob ich denn hier rein wolle. Und ich sagte, ja, man hatte mich angeschrieben wegen Videoaufnahmen der Band mit Schnitt und das müsste man ja auch klären, ob die das überhaupt wollen und nicht. Und naja, eigentlich wollte ich schon früher fahren, weil wie gesagt, ich habe da die ganze Zeit gestanden und ich habe doch arg Schmerzen. Naja, als dann wie gesagt der Höhegrund war, dass man sagte, nein, man möchte nicht, dass ich ins Nexus reinkomme, weil ich Verschwörungstheoretiker bin. Damit kann ich ja noch leben. Ich meine, das ist ja Verschwörungstheoretiker, ist ja kein Schimpfwort, das ist ja schon Kompliment. Aber Antisemitist, das war ein bisschen heftig. Also da habe ich mich erst geärgert, dass ich da überhaupt hingefahren bin. Andererseits habe ich mich aber auch, muss ich sagen, ein bisschen drüber amüsiert. Ich meine, es wäre schlimmer, wenn ich die Videoaufnahmen gemacht hätte, hätte die Arbeit gemacht und dann wäre so ein Spruch gekommen. Ich meine, ich habe hier die Geschichte von Max Südel aufgearbeitet. Ich arbeite hier die Geschichte der Arbeitslager auf, also die NS-Geschichte im Braunschweig unter anderem im, sage ich mal, Gleichklang mit Dr. Helmut Kramer und dann sagt einer zu mir, ich wäre Antisemitist. Also das ist ja wohl der absolute Hammer. Ich meine, das ist doch wohl der Hammer. Da frage ich mich, was nehmen die Leute hier für Drogen? Sind die alle ein bisschen Knalle oder was? Ich meine, gut. Ich habe mich dann, ich habe sie eigentlich nur noch angelacht, weil so viel Blödsinn, da frage ich mich, da hat einer irgendwie die falschen Drogen genommen anscheinend. Also wie gesagt, für mich hat sich dadurch das Nexus natürlich, ich meine, es war noch nie meine Location. Ich wollte irgendwann mal hin, wegen einer Veranstaltung, die damals von Fabio Reinhardt gemacht wurde, über die Piraten. Habe es dann aber auch nicht geschafft, weil ich terminlich anderweitig beschäftigt war. Ich meine, ich hätte mit Sicherheit mal einen Bericht über das Nexus gemacht, aber wenn solche geistige Haltungen, jemand Antisemitist zu betiteln, der hier die NS-Geschichte aufarbeitet und die Rechtsgeschichte aufarbeitet, dann frage ich mich, was sind das für Betreiber da? Ich meine, haben die wirklich einen anderen Mütze? Was anderes kann man dazu gar nicht mehr sagen. Also das ist für mich auf jeden Fall demnächst das Nexus ein rotes Tuch. In dem Sinne, wenn man das mal so nennen kann, ich meine Rot und Spau, das nimmt sich ja sowieso nicht viel. Ich meine, wenn es extrem wird, sage ich mal. Aber so einen Schwachsinn zu verzapfen, meine, wie gesagt, Verschwörungstheoretiker, da kann ich immer noch mit leben. Ich meine, besser als die Verschwörungstheorie-Fanatiker, ja, das sind ja diese, wahrscheinlich glauben sie immer noch, dass irgendwelche Mullers aus der Höhle mit Teppichmessern Twin Towers zum Anstürzen gebracht haben. Das traue ich dem geistig zu. Sonst würde man nicht so einen Mist verzapfen. Aber Antisemitist, das ist ja nun mal eine Nummer zu hart. Das ist ja nun mal eine Nummer zu hart, die da abgezogen wurde. Das geht ja gar nicht. Ich meine, das geht ja gar nicht. Da frage ich mich wirklich, was die Betreiber vom Nexus im Hörn haben. Also recht wenig anscheinend. Na gut, zu viel Alkohol, zu viel Drogen oder was weiß ich. Also für mich, wie gesagt, keine Location, die ich auch noch empfehlen würde, das Nexus, auf Dauer. Ich meine, das war eine Erfahrung. Kann ich mit leben und ich müsste auch nicht rein. Also von daher spielt das für mich keine Rolle, ob ich da als Antisemitist bezeichnet werde. Da kann ich mich auch mit dem Arsch draufsetzen. Aber es zeigt doch ganz eindeutig, dass hier einige dermaßen was an der Waffel haben. Und es sind hier einige, die einen noch richtig in der Waffel haben. Da fasse ich mich ja im Kopf. Also beim besten Willen. Also wie gesagt, ich will da keinen angreifen, der da gerne ins Nexus geht. Aber man sollte wirklich mal überlegen, was die geistige Haltung der Betreiber da ist. Also ganz richtig können die da nicht ticken. Also anders kann ich das nicht sagen. Also wie gesagt, mein Bericht. Es wäre jetzt richtig langweilig geworden am Wochenende. Aber das hat mich ja wieder richtig aufgebaut, dass ich ja Antisemitismus bin, dank des Nexus, Aussage des Nexus. Damit hat sich das natürlich erledigt. Ja, das war so mal ein Bericht über das Wochenende hier in Braunschweig. Ansonsten war recht wenig los. Es sei denn, es passiert heute noch was. Aber das glaube ich nicht. Also bleibt schön sauber, bleibt frocken, damit wir uns bald wieder sehen. Zu den nächsten Nutzern von News. Tschüss. Musik 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 Musik